Elias, hi. Cool, dass du da bist. Danke für deine 300 Bits. Und kurz Elias, ich habe gestern Furky das Geld zurückgegeben. Kannst du es bitte bestätigen? Nee, aber Hochzeiten sind schon cool. Es muss ja nicht mal eine türkische Hochzeit sein. Ja, stimmt, ICANN SPC kommt. Ey, was ist denn? Oh Mann. Ja. War ab, sei denn wieder, ey? Ja. Training? Nee, das war bei mir früher auch so. Aber jetzt, ich liebe Training. Ich weiß nicht. Das macht viel, viel mehr Spaß als Spiele so. Ich habe ein bisschen über Schach geredet. Und dann hat Barang gesagt, komm eins gegen eins. Und die erste Runde hat er verloren, weil er ist angeblich aus dem Schachspiel rausgekommen. Also so Disconnect quasi. Die feine Dame spielt nur auf Rasen. Nee, also Kunstrasen ist top. Oder so ein richtig guter Rasen. So wie bei uns in Montabaur. Wir haben einen sehr, sehr coolen Rasen. Ich kann nicht, ich weiß nicht. Flanken. Rasen ist das Beste. Aber manche Rasenplätze sind irgendwie sehr hart. Und das dann... Das ist halt auch nervig. Ey, wie gestern alle hier waren, ne? Mo Omut Hasu Eldos. Das war so lustig. Das ist für mich sehr spät. Aber es hat wirklich... Das war... Scheiße. Das war... Das war... Das war... Lo an. Das war... Das ist... Ich wusste... Oh, was es toll. Ich wusste... Ja, das war... Olli話. Oh... Ich wusste... Ich wusste... Oh, ich will dich nicht hier mal machen. Ach so. Ey, jedes Mal passe ich mir so einen Scheiß. Oh, ja. Ey. Okay. Okay. Oh mein Gott, ey. Ich hab grad einfach 3 zu 0 in 5 Minuten aufgeholt. Oh mein Gott, das ist so wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach mal auf frech. Auf ganz, ganz frech. Nein, er geht nicht raus. Die 3.0 auf ist schon stark. Ich war da ... Ich war im Loch, Leute. ja halloween aber ich werde mit meinen nachbarn gehen puh es ist so anstrengend spiel den ball ab oh mein gott donnarumma so instinkt scheiße pfff 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 piff pfff 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 Dieser kleine Donnarumann, ne? Blöder, so ein blöd Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wichtig, 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 das ist so unnötig. Ich will predikten, wen ich ziehe, weil ich hab letztens bei Baran auch schon richtig prediktet, ähm, ich sag euch genau, wer bei mir kommt. Auch Caleta, der von Marseille, den du auch gezogen hast, Baran. Smith Rowe, Caleta Smith Rowe und Atal. Okay, eins, zwei. Und die letzte Zahl, Spaß, okay. Ich hab's gesagt, ich wusste's. Gulaschi, hat auch jemand gesagt. Ja, ich hab mir noch ein bisschen Kopfschmerzen von diesen Öler-Games. Oh mein Gott, schon wieder richtig prediktet. Ich hab's euch gesagt. Smith Rowe kam und den hab ich prediktet. Caleta, ich bin so gut. Ja, nur Ronald und der Letzte. Ja, Günther, war klar, dass Günther kommt. Ich werd jetzt auch noch mal ziehen. Safe, das ist immer gut. Super, das ist immer gut. Autsch. Max Imre. Boah, ich dachte kurz. Ich dachte auch, Trend oder so, ne? Okay, Pemple Das Ding ist, ich glaube, ich will mir die Packs aufheben Beziehungsweise mir wurde empfohlen, die Packs aufzuheben für das Best-of-Team-of-the-week